Darf ich dazu kommen? Der DJ spült den Aero-Edge bei Gäns ein. Mit dem Aero-Edge bei Gäns. Der Lieder kommt hier rein. Das Beleidfahrzeug ist hier. Und wir geben jetzt richtig Gas und erwarten den Georg Ensenberger. Der Lieder kommt mit Aero-Edge bei Gäns. 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 Der erste Fahrer ist an der Klavisation eingetroffen. Die Polizei und das Vorausklasse ist hier. Aero-Edge bei Gäns. Ayr-Edge aber Unterkader. Der erste und dann Duke ist hier. Aero-Edge. Karol poorrey ist die Mitte Nummer eins. Karol poorrey aus aus Norwegen. Also, schau, ich fühl's den Karl-Uhr-Furre aus Norwegen. Und alles Gute für die Gälde ohne. Und da sollten wir vorne auch die Sonnenlichtungen. Und wir warten auf Hellhorn. Hellhorn, und wer kommt aus? Ein Holländer kommt ins Zweiter. Hellhorn, und der Engelberger ist dann Wilta. Heer und Eisdoll. Und zwar mit dem Radl, doch auch bei Hermann. Mit dem Heer-Fadl, das ist halt von der G'schick. Doch man jetzt noch aufhängt, da spricht nicht, was ich sehe. Also, ich will wieder den Zweiten. Der Zweite heißt Hellhorn. Hellhorn, und äh, Nick Hellhorn. Nick Hellhorn. E4. Ja. Charol Wich, der nämlich Hellhorn. Hier. Andererseits kommt Charol Wich. Und sein Enzo Berger. Und eine Verfolgergruppe. Charol Wich, Grüßt die Profis-Songhi. Iron Man. Teilnehmer des Iron Man. Alles Gute, viel Fähne-Runde. Es ist kurz, Viertel, Tag, Neun. Charol Wich, der Teilnehmer des Iron Man. Jawohl, die erste Gruppe ist hier durchgefahren und wir warten auf die nächsten Verfolger.